Willkommen zurück zu einer neuen Folge von wir sind hier vor dem Eingang dieser Hölle und ich muss mich unbedingt noch mal entschuldigen für die Tatsache dass es die Audio dann nicht aufgenommen hat dadurch dass ich ein kleines bisschen noch mal rum gespielt habe mit den Aufnahmesachen bei der vorletzten Aufnahme da hat DxStory da muss man jedes mal kontrollieren wirklich jedes mal dass das dann eventuell doch funktioniert ja genau am besten dann immer noch mal zweimal checken ja und das habe ich dann dummerweise nicht gemacht und dann hat es von der falschen Audioquelle aufgenommen und dann ist der ganze in games hat weg gewesen positiv dabei wenigstens kann man ohne ohne Ablenkung meinem gelaber folgen aber egal ich habe es zum glück dann in eine große folge gepackt ich weiß nicht damit man nicht mehrere folgen ohne in games und ich finde das wirklich ich finde in games und schön da muss sein so in die Höhle des Löwen ja und wie gesagt ohne in games und es halt nicht und da versuche ich das auf dem Minimum zu halten ja ich hoffe das wird dann ich muss wirklich sehr oft dann noch mal checken dass das alles noch funktioniert ja das ist echt schlimm zur not muss ich so machen dass ich immer von zwei Audioquellen simultan aufnehme weil dann hat man das problem eigentlich nicht so also dass man dann aus Versehen von der falschen nimmt weil man hat ja dann von zwei verschiedenen Audioquellen und dann ist es ja im grunde genommen egal da kann man das dann später in der Bearbeitung noch auswählen ach man es ist das ist so traurig muss ich dann mal schauen verleihe das problem ist Audio Swap okay wir drehen das da schlupf es ja ist jetzt betreten das problem ist Audio Swap unterstützt ich weiß es nicht ob das mal mehr Songs unterstützt hat aber jetzt unterstützt auf alle Fälle nur noch einen einzigen Song beziehungsweise muss man das irgendwie so machen dass ich wollte versuchen da einmal die Audio Datei zu speichern ha ha ich sehe aus die Bandit ich sehe cool aus ich will die Begleitung ich will die Verkleidung häufiger Moment mal das ist das falsche auch das falsche verdammt so ich will die Verkleidung öfter haben hier kann man die irgendwie irgendwo schade naja gut das problem ist das man nur scheiße jetzt kann ich nicht mehr reden verdammt jetzt gibt es Zwischensequenz willkommen auf dem Grill frischfleisch hallo ich heiße Schatten bin heute erst rausgekommen begnadigt worden was ich auch ein hoch aufs Ministerium wer hätte gedacht dass die so viel Verständnis aufbringen wir bereiten uns diesmal auf was großes vor macht euch nützlich und fragt rum wem ihr helfen könnt mhm ja ich hab das Gefühl der wird irgendwann nochmal einer von den guten werden so aber ziemlich cool wiii wie ein Flummi springe ich hier runter bam baa ha die Sprunganimation ist so cool macht schnell was ah hier sind Karten und Bilder und Kleinigkeiten na gut wiii gibt es denn hier auf der Karte noch irgendwas besonderes nein so ja Blaze okay hey steh dich nur rum helft mir lieber ich kann meine Lunden nicht finden das Blablabla Lunden was wo Lunden okay Lunden was sind denn Lunden keine Ahnung wo Lunden sind na gut äh ihr wolltet es nicht anders ja ihr meint auch so ihr werdet zäh genug um uns naja ok dann machen wir die mal kaputt Schatten passt eigentlich ziemlich gut zu dem Nekromanten so hauen wir sie kaputt hier nein mein Fernkampf vor allem den Fernkämpfer zu cagen ist so ziemlich das blödeste was man machen könnte dadurch dass mein Nahkampf Blutunhalt jetzt die ganze Zeit auf die Einhaut na komm schon was ist das eigentlich ihr seid Aspantit verkleidet der Banditenanschlag was ist das äh ihr müsst nichts weiter wissen als dass ein Riesenspektakel boah als dass es ein Riesenspektakel wird willkommen auf der Feier danke bis später ok hätten wir jetzt äh mit der geredet gewertet und so weiter wer auch immer das ist was ist da äh treibt euch die Schadenfreude her die nein äh nicht zu laut ich bin ein Agent bla 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 äh sagt nichts bla 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 ich will sehen was ich tun kann ich werde versuchen die Schlüssel für den Käfig zu organisieren gut dann äh wo ist jetzt bloß dieser Schlüssel und äh und äh ok das ist wahrscheinlich ok ich bin Schatten bla 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 ähm ach komm schon für einen Serapen sehe ich zu gut aus ha ha ist doch klar dass der feine Hauptmann Daquery niemanden aufnimmt der besser aussieht als er mit euch zusammen zu arbeiten wird mir gefallen ich hoffe ihr seid in meinem Team Team es gibt Teams ok alles klar ihr seid neu hier wir bereiten uns auf das große auf den großen ach Gott man auf einen großen Brandanschlag auf zwei Ziele vor Ted Rübennase will dass die beiden Feuer gleichzeitig gelegt werden also teilen wir uns in Teams auf was sind die Ziele ein Weißenhaus und ein Militärhospital das ist Teds bester Plan bisher ich hoffe ich kriege das Weißenhaus das macht mehr Spaß wunderbar Ted hat eine Abmachung mit dem Ministerium wir lassen die Serapen dumm aussehen so als könnten sie niemanden beschützen und wenn der Rat die Kontrolle übernimmt lässt er uns tun was wir wollen das ist ja mal sehr interessant so Banditensperren wo sind jetzt diese verkackten Lunden Mann äh Lunden ich werde sie holen ja die Frage ist nur wo sind diese dämlichen Lunden äh Banditengewehr babababa ok die hatten wir schon eigentlich war ich das anglitz zu wieso denn das ok und dann wo sind die Lunden sind die hier oben Lunden 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 ok wo sind jetzt diese dämlichen Lunden sind die Wasserversuchen oder was was ist denn hier los ok hier geht es dann wahrscheinlich hoch sehr interessant das coole ist wirklich dass man diesen Wasseratmer hat braucht man sich keine Gedanken um Sauerstoff zu machen weil man sieht so geil aus wenn man aus dem Wasser kommt ok warte mal wer will was ausbrüten na komm schon geh doch mal kaputt hier du dämlicher Wind boom dingans komm ab ok nächster natürlich und mein Fernkampf Creep ist mal wieder down gleich mal drum kümmern so alles wunderbar solange ich mich angreifen könnte ich auch nochmal hier diese oh je diesen kleinen Schutz drauf machen nein nicht mein Fernkampf Ding greif mich doch endlich mal an hier man kriegt irgendwie nie die Agro das ist sehr komisch aber wenigstens ganz nett gemacht und ich war lange nicht mehr im Mega Modus drin den könnte ich ruhig nochmal wieder benutzen na komm jetzt läuft es ok durchsuchen nehmen wir mit öffnen die Lunden nehmen gut dann hätten wir hier noch so hier sind hier Lunden hier sind irgendwie keine Lunden na gut werden wir uns erstmal noch die anderen Dinger holen so er spricht mit den Banditen lalalala wie viele Lunden hat er eigentlich wie viele Lunden braucht er denn so hier mein Diesel Lunden hey was steht an ich bin Feuer und Flamme ein Doppelauftrag in der Stadt wir fackeln ein paar Gebäude ab und die Serapien verbrennen gleich mit versteht ihr was ich meine bah 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 ähm grelles Licht jede Menge Lärm und schwellende Ruin ich kann es kaum erwarten das sind die Aufträge die die dem Leben Sinn verleihen wisst ihr Sinn und Zweck jedenfalls verleihen sie meinem Leben Sinn wir sehen uns dort ok sprecht mit Hauptmann Fackery gibt's den geht's den hier weiter ja wir gucken mal noch ein kleines bisschen mit etwas Glück lässt sich ja noch irgendwelche Item Sache hier aus diesem na gut funktioniert mir wieder nicht toll dann gehen wir mal wieder ins Königinental nach draußen oh schön kann man denn äh aber diese 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 kleiner Fleck hier der ist mir ein bisschen hier ist eine Ratte ist eine Ratte hier ist der Eingang natürlich kommen wir nicht an den Eingang was wir machen könnten ist direkt da lang zu gehen also das aufzubrechen da wo ist denn das hier das aufzubrechen und dann da rein na gut ist aber jetzt nicht ganz so der Plan so bauen wir uns erstmal hier eine schöne Gruppe wieder zusammen äh shit Moment mal was war das kleine Mal Frau in Weiß na dann sprechen wir doch mal ich bring euch nach Hause ok jep ok ne Veteran schlechter wann kann ich mal wieder hier irgendwelche Veteranen kaputt hauen was Moment mal ok die haben wahrscheinlich irgendwas kaputt gehauen die gute Frau in Weiß warum sie nicht in Schwarz ist in Afrika ist es ja ist es 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 ja in Afrika ist es ja so dass die Farbe des Kummers nicht Schwarz ist wie bei uns sondern Weiß eigentlich ja und Schwarz ist ich glaube das ist da richtig umgedreht einfach alles muss ja so da komm schon muss ich aber nochmal lesen ich habe es zumindest irgendwo mal aufgeschnappt wäre schön wenn es so wäre weil das wäre ziemlich lustig je nachdem was man halt für eine Hautfarbe hat eben das komplette Gegenteil nehmen ok die wird mich wahrscheinlich angreifen weil die hat Schwert in der Hand hier so ein Dolch die Sache wird noch so derbst nach hinten los gehen hier so viel Nebel und 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 ok ah sehr interessant entschlossen um das Unleben kämpfen und die Mun gegen Schaden ah jetzt ok jetzt kann man sie kaputt hauen so dann machen wir sie kaputt ja komm schon die und ihr Unleben wird sowas von kaputt gehen zum Glück ist die im Nebel nicht unbesiegbar wie ich mir das so gedacht habe es ist mehr oder weniger schon sehr gemein unbesiegbare Gegner und so ne so die Frau in Weiß wenn wir zu dem mal ihren Frieden finden hier und warum auch immer aber dieser Knochen Teufel der macht deswegen mehr Schaden und hat wahrscheinlich mehr Agro als ich das ist sehr tragisch der Blutunhalt ist mal wieder zu ziemlich nichts zu gebrauchen ah geht doch kaputt jetzt geht doch nein sie muss allein zurück oh ich trinke das mal B anstatt I ah fünf Plätze super dann werden wir den mal austauschen so und das Ding dahin das Ding dahin das Ding dahin das Ding hier hin der Beutel hier runter die wiederverwertbare Trophäe wird wiederverwertet und der Rest kommt wieder ins ja wunderbar ähm muss ich den mal wieder hier hin irgendwo hier in die Stadt genau da hin die Höhle des Löwin na gut von mir aus habe ich den eigentlich genug ja ich könnte Moment wo ist es wo ist es wo ist es ähm dürfte hier sein ah es ist so geil ah entweder bedeutet das das ist die Hauptstadt oder es ist schon vollständig erkundet und alles deshalb ist dann dieses Symbol dann davor ähm es könnte sein dass es hauptstadtmäßig irgendwas zu bedeuten hat okay wo muss ich denn mal so ich könnte mal schauen was ich alles so in der Bank habe komm schon äh ne das war es nicht Sammlungen hier ja mittlerweile dürfte ich wirklich genug haben dann werde ich mal Moment ah einfach Doppelklicken funktioniert auch das ist doch schön so die brauchen wir jetzt nicht und den Vierplatzbeutel können wir hier wieder reinstecken wunderbar einzahlen schneller in der Stadt sein so okay konstruieren wir das mal also was wir gebraucht haben ich wollte ja hier ich wollte ja meinen Stab also brauche ich einen grünen Stabschaft noch grüner Stabschaft für einen grünen Stabschaft brauche ich noch grüne Holzplanken und äh Holzplanken hier wunderbar erstellen wir mal alle ja genau ohne Probleme das geht wunderbar super ähm Moment wo ist der hier ist der Stab äh grüner Stabschaft 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 hier erstellen so erstellen wir das Ding wunderbar jetzt haben wir das und was konnte ich denn noch herstellen das war es im Grunde ja genommen ja mehr bräuchte ich dann ja nicht gut ich hoffe einfach mal der Stab der funktioniert richtig geil der ist richtig geil hm was könnte ich denn mal noch herstellen irgendeine andere Sache hier Moment mal mh was habe ich denn gerade angelegt ich habe ein stumpfes Beil oh Gott eine Axt sehr interessant und ein Kriegshorn Axt und Kriegshorn was haben wir denn mal an Fähigkeiten oh drei Punkte vor allen Dingen das ist gut ähm Brunnen und dann dieses komische Gebet Selbstheilung am Anfang 185 40 Sekunden Abklingzeit ist der Weg ziemlich viel also ich brauche es wirklich ein mit wenig Kombo-Feld-Licht ne gut wie wird denn das funktionieren eine Sekunde Cast-Zeit okay Abklingzeit 30 ist der Weg dann ziemlich ziemlich weit so was wäre denn mal noch eine gute Idee was wir nehmen könnten das ist noch so ein Brunnen ist hier noch irgendwo ein Diener oder so ich glaube nicht was Spektral haltet Lebenskraft wenn ihr Schadener leitet wird beim Eintritt in den Todeschleier entfernt gewährt ebenfalls Schutz na gut dann hätten wir noch die Giftwolke Kombo-Feld-Gift und da gab es doch noch Moment mal da gab es doch noch irgendeine andere Sache mit Gift die Frage ist war noch wo Haupthand Axt was soll man Dolch Kette versetzt eurem Gegner 2 Hiebe 2x30 und 2x22 und der littene Schaden wird erhöht Heilung Pro Puls das ist gut ich muss eindeutig mal ein bisschen was hier mit den Dolchen lernen oder ich bräuchte wirklich mal ein Scepter aber der Stab wird wahrscheinlich regenerieren so muss es sein anständige Regenerierungsfähigkeiten und dann wollte ich eigentlich noch einen Fokus hätte ich natürlich auch mal mit reinnehmen können wieder aber der Fokus lässt mich nicht schneller laufen das ist das Problem ach man ey ich will einfach nur Fähigkeiten mit denen man schnell laufen kann das sind hier nichts und hmm regenerieren ist hier noch irgendwo Schaden pro Zustand ne das ist auch noch sowas tolles hmm 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 das könnte ich mir mal bauen den Stab hab ich ja ja das ist jetzt apropos ich hab ja den Stab so wunderbar jetzt hab ich erstmal was feines wie viel Schaden macht der denn 161 bis 181 und was macht denn da jetzt mehr ähm das hier Angriff fast Angriffsschaden und Kraft zusammen oh okay was ist das Rüstung oh schade die Rüstung hier ist dann natürlich nicht so hoch hmm und eine Zweitwaffe lässt sich hier leider nicht machen weil das Ding zweihändig ist hmm begleitend ich könnte mir wirklich mal so eine na shit ich kann mir ja keine Axt zusammenbauen also Stäbe und Scepter 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 hier lässt auch ein Gegner bluten Schaden Blutung Reichweite Blutung Kräfte an Gegner papapa für jeden Zustand mit dem das Ziel belegt ist richtet ihr mehr Schaden und erhaltet Lebenskraft na gut da könnten wir jetzt immer noch so ein Scepter herstellen was brauchen wir für ein Scepter grüner Scepter Kern und grüner Scepter Stab grüner Scepter Kern und grüner Scepter Stab Scepter l Schmidt schähing ja sich ges